hi liebe leute und willkommen zu dem video wie im titel aus dem lesen könnt ist dieser wie auch letztes Jahr wieder die xmas mall tour die Nintendo veranstaltet und wie auch letztes Jahr werdet ihr auch dieses Jahr bei der Nintendo xmas mall tour in München die gelegenheit haben es zu sehen aber es ist nicht erstmal die xmas mall tour also die xmas mall tour ist quasi eine tour wo Nintendo durch Deutschland an verschiedenen Tagen in verschiedenen Hopping-Centern hält und dort kann man dann neue Spiele wie Pokémon Let's Go, Super Smash Bros. Super Mario Party aber auch alte Klassiker wie Splatoon 2, Fifa, Odyssey, Mario Kart 8, Deluxe kann man da antesten und spielen so und das besondere ist eben wenn ihr ein Spiel spielt dann könnte sie da quasi bekommt sie ein Stempel wenn ihr ein Spiel angespielt habt und wenn ihr so eine Stempelkarte voll habt dann ähm könnt ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wo es Preise gibt also das ist alles von Nintendo gemacht hat nichts mit mir zu tun ich wollte nur sagen was das denn eigentlich ist diese mall tour genau und auf jeden Fall diese mall tour findet auch dieser wie das dort in verschiedenen Orten und also die findet in Hannover, Leverkusen, Leipzig, Nürnberg, Dortmund, Essen, Hamburg, Münzen, Köln, Dresden, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Karlsruhe, Oberhausen und weiß Gott wo die noch überall stattfindet und ich werde an zwei die ist da nicht nur ein sondern an zwei verschiedenen Orten werde es da sein nämlich einmal an Münzen das ist am 7.12. und 8.12. 2018 an den beiden Tagen könnt ihr mich bei der nintendo x-mars mall event in Münzen treffen das ist in den Riemarkaden wie auch so ein letztes Jahr ich werde das ganz flocken und zusatzlich bin ich dies Jahr auch noch in Augsburg da ist es in der City Galerie und das ist am 15.12. von 9.30 Uhr also ja es ist am 15.12 Uhr das kannst du natürlich noch nicht genau sagen so 15.12. das ist ein Samstag da ist es bin ich in Augsburg ich habe es auch noch in die Videobeschreibung und am Freitag den 3. und Samstag den ähm äh Freitag den 7. und Samstag den 8.12. bin ich in Münzen ihr habt wie gesagt gelehrt mich seit den Tagen zu treffen bei der x-mars mall tour mit mir einfach abzuhängen Spiele anzuspielen und Spaß zu haben für alle die aus Münzen kommen oder in der Nähe von Augsburg wohnen kann ich das anbieten weiter weg kann ich da nicht fahren weil alles weitere deutlich so weit weg wäre von mir ok so leute wer ist beseit ähm an den beiden Städten bin ich oder könnt ihr mich dann treffen bei der x-mars mall tour mit es würde freuen wenn alle die vorbeikommen wurden so von meiner community die da in der Nähe wohnen natürlich die bekommen dann natürlich auch ein kleines Fanpaket die auf der gamescom also Autogramm und stuff like this also habt da bereit ein bisschen was schönes vor für alle die kommen mich würde es freuen das ganze wird dann natürlich auch wieder geflockt und festgehalten und dann an Weihnachten hochgeladen genau, genau noch Informationen darüber gibt es nochmal wenn das dann bevor steht also quasi das sei es so am 5.12. dann für Münzen und so am 12.13. dann eben für Augsburg wie gesagt bis von vorhin wenn ihr kommen wollt jetzt schreibt es gerne mal in die Kommentare wo ihr kommt oder ob ihr an anderen Orten vielleicht vorbei schaut ich verlinke euch in der Videobeschreibung nochmal die Homepages von Eterne wo das alles ganz gut drin steht wo es wann stattfindet und auch alle was ich gesagt habe steht in der Videobeschreibung nochmal jetzt sage ich schonmal frohe Weihnachten machts gut bis zum nächsten mal und ciao